Von allen Kraftfahrern der Bundesrepublik mit Spannung erwartet, öffnete die 40. internationale Automobilausstellung in Frankfurt ihre Pforten. 664 deutsche und 128 ausländische Hersteller zeigten das Neueste auf ihren Gebieten. Dieses Klinomobil zum Beispiel ist ein komplett eingerichteter Operationssaal auf Rädern. Eine andere Firma hat sich mit der Sicherheit für Taxifahrer befasst. Um jeden Überfall unmöglich zu machen, stattete sie diesen Fahrzeugtyp mit einer kugelsicheren Trennscheibe und Türschlössern aus, die sich nur vom Fahrersitz her öffnen lassen. Indessen Autofahren...